Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Beherrschende Grollhoofjagd Teil 1 anzunehmen bei Hemet Nessingwawi in Nagrant an dieser Position. Rechts unten seht ihr zu jeder Zeit die Koordinaten eingeblendet wo ich mich befinde. Vor Quest ist mir jetzt keine bekannt. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.0.5 also Anfang Shadowlands. Das ganze sollte euch aber auch helfen wenn ihr BC Classic zockt. Hier sieht man auch schon so ein Grollhoof gleich in der Nähe von diesem Lager. Einfach mal umhauen. Was in BC Classic anders sein könnte ist dass ihr mehr Mobs töten müsst. Ich glaube damals in Burning Poseid vor keine Ahnung 50 Jahren musste man 30 Mobs töten. Bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Schon sehr lange her wie gesagt. Hier seht ihr auch die Quest Gebiete also gleich hier beim Lager. Dann hier ein Großes hier noch ein Großes und noch zwei Kleine. Ich werde mich mal ins Große begeben. Mal schauen was hier noch so ist. Ist auch noch einer. Okay hier sind noch ein paar. Aber ich will in das große Quest Gebiet. So hier sind auch noch ganz viele. Ich werde jetzt eine kurze Unterbrechung machen. Ich werde dann weiter Mobs töten. Und sobald ich meine Mobs zusammen habe werde ich mich wieder bei euch melden damit ihr seht wo und bei wem diese Quest abzugeben ist. Und vielleicht fallen mir noch ein paar Sachen auf. Also nicht wegschalten. Bis gleich. Ich habe meine Gwollhufe zusammen. Das hat ein bisschen gedauert aber ich fand es noch okay. War alles im Rahmen. Quest ist dann abzugeben bei ich hemmet Nessing Wawi in Nackwand an dieser Position. Hoffe mein Video konnte euch helfen. Falls ja dürft ihr gerne auch mir helfen indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnier Knopf ein. Außerdem findet ihr in der Videobeschreibung einen Link zu meinem Twitch Kanal. Vielleicht sehen wir uns mal live. Eizocke Ende Eizocke Ende